Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir gucken hier auch auf Themen, die manchmal in den Nachrichten überhaupt keinen Platz finden. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, heute mit mir Johanna Jeschke. Eine Stadt ohne Staat, in der alles, also wirklich alles privatisiert ist. Nicht nur die Infrastruktur wie Müllabfuhr, Wasser, Strom, sondern auch Sicherheit und beispielsweise Bildung. Es gibt eine eigene Währung, ein eigenes Steuersystem bis hin zu eigenen Gesetzen und einer eigenen Rechtsprechung. So sieht sie aus, die Idee hinter Privatstädten, ganz ohne Politik, abgeschottet vom Rest der Welt. Was sich jetzt vielleicht erstmal anhört wie aus einem Science-Fiction-Film, ist in einigen Ländern bereits in Planung. Für mich persönlich ist das ehrlich gesagt eine gruselige Vorstellung. Für die libertären Köpfe der Privatstadt-Bewegung eine Utopie. Weniger Staat, weniger Regeln, dafür aber maximale Eigenverantwortung, wirtschaftliches Wachstum und Gewinn. Hinter der Bewegung stehen bekannte Namen aus dem Silicon Valley. Zum Beispiel Patty Friedman, der Enkel des Ökonomen Milton Friedman. Oder der PayPal-Mitgründer Peter Thiel. Und ein Vordenker der Privatstadt-Bewegung, der kommt aus Deutschland. Titus Gebel, Ex-Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Deutschen Rohstoff AG. Er verfolgt große Pläne, aber da kommen wir später noch drauf. Eine Privatstadt, die soll auf der Karibikinsel Roatan in Honduras entstehen. Ein Land, das von Korruption, Armut und Gewalt geplagt ist. Insgesamt gibt es in Honduras drei solcher Privatstadt-Projekte. In diesen wirtschaftlichen Sonderzonen, auch Cedes genannt, sollen erfolgreiche Leuchttürme entstehen. Also die sollen wirtschaftlich eine Art Motor sein. Unsere ARD-Korrespondentin Marie-Christin Böse hat auf der Karibikinsel Roatan gedreht, wo die Privatstadt Prospera entstehen soll. Hi Marie. Hi Joana. Wie sieht es denn dort aus und wie weit sind die mit dem Bau? Also es ist noch alles relativ unscheinbar dort auf den ersten Blick. Wir sind auch zweimal gleich falsch gefahren, weil wir es nicht gefunden haben. Einmal dran vorbeigedüst. Der Eingang ist nicht sehr auffällig. Da steht ein Schild, das sozusagen sagt, wir schaffen Jobs für Inselbewohner und wir glauben an Privateigentum. Und dann wird man relativ schnell von Sicherheitsleuten in Empfang genommen, weil man ja quasi privates Grundstück betritt und als Besucher registriert. Aber jetzt von der richtigen Stadt ist noch nicht viel zu sehen. Also es steht ein Rohbau, einer von drei Apartment-Bürotürmen mit einem wirklich spektakulären Blick auf das Meer und das vorgelagerte Korallenriffs. Dort sollen eben Apartments entstehen für Digitalnomaden, auch als Airbnb könnte man die nutzen. Die Hälfte, sagt uns der zuständige Unternehmer, sei schon verkauft. Dann gibt es einen Rohbau einer Fabrik, wo eben Holz nachhaltig bearbeitet werden soll. Es stehen ein paar Büroräume für Angestellte, ein paar Bungalows und im Großen und Ganzen ist es das auch. Also es gibt noch sehr viel Grün, quasi urwaldmäßige Umwelt dort und sehr wenig Stadt zu sehen. Klingt, als wäre noch ein bisschen Platz. Aber wer sind denn die Leute dahinter? Also wer hatte diese Idee und wem gehört jetzt da dieses Stückchen Land? Also diese Sonderwirtschaftszone, in der spanischen Abkürzung Sede genannt, also diese Sede Prospera, hinter dieser steht eine Firma, die heißt Prospera Inc. Und die ist registriert in Delaware. Und der CEO dieser Firma ist Eric Bryman. Der ist US-Venezuelaner, also in Caracas geboren, aber eben in den USA aufgewachsen. Er hat uns ein Interview gegeben und hat darin auch gesagt, er sieht sich selber nicht als Vertreter dieser libertären oder extrem libertären Kreise, sondern er will sich politisch gar nicht so gerne einordnen lassen. Und er sagt eben, ich komme ja aus einem Land, wo man ganz genau weiß, was Armut und Misswirtschaft und so bedeutet. Und seine Motivation sei eben, dass es den Menschen in Honduras besser gehen soll, dass es Jobs gibt, dass es quasi Überlaufeffekte gibt von dieser Sonderwirtschaftszone Prospera auf den Rest des Landes. Unsere Mission ist, Wohlstand zu schaffen, wo er am meisten gebraucht wird. Wir wollen nicht die Schweiz und Deutschland reicher machen. Honduras ganze Wirtschaft soll profitieren. Die Vorteile sind nicht auf Prospera begrenzt, sondern nützen dem ganzen Land. Die Baumaterialien, die Mitarbeiter, die angestellt werden, all das kommt vom restlichen Wirtschaftssystem des Landes, sofern sie in Honduras verfügbar sind und sonst von außerhalb. Wer ist denn jetzt schon dort und vor Ort? Also bisher wirklich noch wenige Menschen. Prospera ist noch nicht bewohnt. Wie gesagt, das ist alles noch im Bau. Derzeit sieht man dort viele Bauarbeiter, auch darunter, so sagen die Unternehmer, viele Honduraner, die dort Jobs gefunden haben. Es gibt ein paar Inselbewohnerinnen, die in der Küche Arbeit gefunden haben. Mit denen konnten wir auch sprechen. Die sagen auch, das sei eine gute Arbeit, die sei besser bezahlt als vorher. Und wir haben länger gesprochen mit dem honduranischen Bauunternehmer Eric Pizzicales. Der ist total begeistert sozusagen von den Möglichkeiten, die ihm Prospera bietet. Und er sagt, er konnte hier billiger, unbürokratischer und schneller arbeiten, als bei jedem anderen Projekt im Rest von Honduras. Das hier ist eine Möglichkeit, die man einmal pro Generation oder sogar im Leben hat. Und ich wollte als gutes Beispiel, als honduranischer Unternehmer mit meinen Mitarbeitern vorangehen. Also sind wir hierher gekommen, um zu investieren. Und ich frage mich jetzt, was hat denn Honduras davon? Also das Land gibt ja ein Stück weit staatliche Macht aus der Hand an private Investoren. Warum machen die das? Sehr gute Frage. Also Honduras ist ein Land, das sehr viele Probleme hat. Ein Großteil der Menschen lebt in Armut. 14 Prozent leben im Ausland, weil es eben kaum Jobs und Perspektiven gibt. Der Drogenhandel floriert. Die Korruption grassiert. Nur einfach, um das Panorama so ein bisschen einzuordnen. Der Ex-Präsident, ein Befürworter der SEDES, sitzt in den USA wegen mutmaßlichem Drogenhandel in Haft. Also das ist quasi so ein bisschen der Hintergrund, auf dem es überhaupt möglich war, so eine gesetzliche Regelung für diese Sonderwirtschaftszonen zu schaffen. Welche Argumente sprechen denn für diese Privatstadt? Also welche Vorteile sehen die Befürworter darin? Also offiziell sagen ja die Befürworter und auch damals die politischen Befürworter, dass diese SEDES Investitionen ins Land bringen, dass sie ausländisches Kapital bringen, weil es eben in diesen Zonen einen sicheren Rechtsrahmen gibt. Keine Gewalt, keine Korruption. Und dass das dann eben so einen Überlaufeffekt auf ganz Honduras gibt, weil Jobs geschaffen werden im besten Fall, weil Materialien vom Festland in diesem Fall jetzt gebraucht werden. Also kurzum, dass es nicht eine abgekapselte Insel des Wohlstands bleibt, sondern dass eben das ganze Land profitiert. Und so argumentiert eben auch der CEO von Prospera Inc., also der Kopf hinter dem Ganzen. Er sagt, ja, wir sind quasi ein Projekt zur Armutsbekämpfung. Er stammt, wie gesagt, selbst aus Venezuela und nimmt deswegen für sich in Anspruch zu wissen, wovon er spricht. Aber ich persönlich halte es doch für fraglich, ob das so funktioniert oder ob es nicht doch eine Steueroase für Reiche wird. Wir sprechen später nochmal mit einem Soziologen auch darüber, was das sozusagen bedeutet und was die Dimension von solchen Projekten sein kann. Aber lass uns doch vielleicht nochmal zurückblicken. Das war ja damals, als die Entscheidung getroffen wurde, nicht unumstritten und ist es bis heute eigentlich nicht. Jetzt lass uns doch nochmal anschauen, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass Honduras diese SEDES, diese Sonderwirtschaftszonen, überhaupt erlaubt und eingerichtet hat? Also das sogenannte SEDE-Gesetz, was quasi diese Einrichtung dieser Zonen ermöglicht, das wurde 2013 schon verabschiedet. Damals war eben eine konservative Regierung an der Macht, die solchen extrem liberalen Projekten die Türen öffnete. Und das Interessante daran ist auch, dass erst im Jahr davor, 2012, ein ähnlicher Versuch gescheitert war am Verfassungsgericht. Und dann wurden Verfassungsgerichte ausgetauscht und das etwas veränderte Gesetz ging dann durch. Also, wie gesagt, man muss das ganze Panorama sehen. Honduras ist zwar theoretisch eine Demokratie, aber eben mit sehr großen Defiziten, mit viel Korruption. Und deswegen, weil es eben damals politisch opportun war und weil man das damals wollte, war es möglich. Seit einem Jahr gibt es jetzt eine linksgerichtete Präsidentin im Land, Jumada Castro. Die arbeitet jetzt eben daran, dieses SEDE-Gesetz abzuschaffen. Das ist in der ersten Runde schon gelungen. Aber weil auch eine Verfassungsänderung Teil des Ganzen ist, braucht sie noch eine zweite Abstimmung und eine Zweidrittelmehrheit. Und da wiederum ist es nicht mehr ganz so sicher, ob sie das schafft. Warum will sie das nicht? Die Argumente sind halt, dass es quasi ein Ausverkauf von Honduras sein könnte. Dass Honduras als Staat seine Souveränität verliert. Dass es quasi Städte entstehen, die auch wachsen können, die expandieren können, die ihr eigenes Ding machen. Also, die ihre eigenen Regeln aufstellen und die sich somit ein Stück weit der Rechtsprechung von Honduras entziehen. Und sie sagt eben und argumentiert, und so argumentieren auch die Kritiker, das darf nicht sein. Ein Staat darf seine Souveränität so weit nicht aufgeben. Und man hätte dieses Gesetz so nicht verabschieden dürfen, weil es von Anfang an null und nichtig, also verfassungswidrig war. Aber das heißt, sie dürfen jetzt eigentlich gar nicht mehr weiterbauen, oder? Da liegt quasi jetzt der Knackpunkt. Also, Prospera baut weiter und macht erstmal weiter, als sei nichts geschehen. Es wurde damals zwischen Regierung und SEDE quasi ein Abkommen geschlossen, was eine Bestandsgarantie uns von 50 Jahren zusichert. Weil die drohen ja auch mit riesigen Summen den Staat zu verklagen, richtig? Ja, genau. Also, da geht es um 10,7 Milliarden US-Dollar. Das sind riesige Summen, wie du sagst. Also, aber die Prospera argumentiert eben, ja, es ist ja auch ein riesiger Schaden für uns entstanden. Hier wurden Investitionen getätigt. Und jetzt wackelt quasi alles durch eure politischen, parlamentarischen Entscheidungen. Also, es wird definitiv hier zu einem Kräftemessen kommen zwischen Prospera und dem honduranischen Staat. Also, das heißt jetzt erstmal, solange das alles nicht geklärt ist, wird erstmal weitergebaut. Und die Betreiber gehen davon aus, dass diese Stadt irgendwann so richtig in Betrieb genommen wird. Was heißt denn das für die umliegenden Dörfer und für die Menschen, die dort wohnen? Also, in den umliegenden Dörfern, vor allem in Crawfish Rock, das ist so ein kleines Fischerdorf mit wenigen tausend Einwohnern und zwei, drei tausend Menschen, die dort sehr bescheiden leben. Dort gibt es sehr große Angst vor dieser Sede Prospera, die wirklich in Steinwurfnähe liegt, also in unmittelbarer Nachbarschaft. Weil dort fürchtet man eben, dass wenn es eine Modellstadt, eine erfolgreiche Modellstadt in ihrer Nähe gibt, dass dann früher oder später die sich ausbreiten wird, expandieren wird und dass dann der honduranische Staat irgendwann sagen wird, also wir enteignen jetzt quasi Crawfish Rock im Sinne oder für die Sede Prospera, damit die sich ausbreiten kann. Also, da gibt es sehr viel Ablehnung, sehr viel Skepsis, weil man sich eben selbst als verletzliche und arme Bevölkerung sieht, die quasi keine Lobby hat. Was muss man denn machen oder auch zahlen, um in dieser Privatstadt zu leben? Um dort reinzukommen oder Bürger zu werden, quasi gibt es mehrere Optionen. Also, du kannst entweder E-Resident werden, also um dort zum Beispiel eine Firma zu gründen. Das kostet dich 130 Dollar im Jahr, da hast du quasi Zugang zu dem Rechtssystem von Prospera, aber hast kein vollständiges Aufenthaltsrecht, also kannst dich quasi nicht das ganze Jahr dort aufhalten. Wenn du hingegen richtig Bürger werden willst mit einer Aufenthaltsgenehmigung, also dich dort 100 Prozent aufhalten willst, dann zahlst du als Ausländer 1.300 Dollar im Jahr und als Honduraner 260 Dollar. Also, das sind quasi so die Preise, mit denen auch vieles finanziert wird. Und wie wird das Leben konkret in dieser Stadt organisiert? Das Regelwerk in Prospera wird von einer Art Stadtrat, sage ich jetzt mal, gemacht, der teilweise von Unternehmen bestimmt wird und teilweise von den Bürgern gewählt wird. Das sind neun Leute, quasi die, die diese Regeln innerhalb von Prospera machen. Es ist ja eine Stadt ohne Politiker, also sind keine, keine Volksvertreter oder so, aber es sind natürlich Vertreter der Menschen, die dort investieren und so argumentiert auch Prospera, quasi wir als Investoren hier in Prospera bestimmen quasi selber unsere Vertreter und was die entscheiden, hat unmittelbar ja Auswirkungen auf unsere eigenen Geschäfte. Insofern haben wir ein hohes Interesse daran, dass die Dinge gut laufen. Und du musst als Bürger, wenn du Bürger werden willst, quasi eine Art Vertrag unterschreiben, dass du dich an die Regeln dort halten wirst. Und wenn quasi die Sede Prospera deine Ansprüche verletzt, dann kannst du gegen sie vor Gericht ziehen, vor ein Schiedsgericht oder auch umgekehrt, wenn du die Regeln verletzt, dann kann eben sozusagen die Sede Prospera dich rausschmeißen, wenn du so willst. Wie geht denn die Regierung jetzt gegen das Projekt vor? Also die Regierung ist nach wie vor fest entschlossen, diese Sonderwirtschaftszone Sede so in der Form zu stoppen. Also es gibt einen eigenen Beauftragten der Regierung, Fernando Garcia, der eben mit seinem Team gegen dieses Projekt kämpft, der sich einen Überblick erstmal verschafft über all die Zusagen, die auch die Vorgängerregierungen diesen Sedes gemacht haben. Er selber hält das Sede-Gesetz von 2013 für verfassungswidrig, also für null und nichtig von Anfang an und arbeitet jetzt eben an rechtlichen Begründungen, um das zu untermauern. Und er hat uns gesagt, dass der Staat, also der Staat Honduras, eine international renommierte Anwaltsfirma beauftragen wird und will, um eben gegen Prospera vorzugehen. Ausgang offen. Ganz herzlichen Dank nach Mexiko-Stadt an unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse. Vielen Dank. Ciao, Johanna. Ich finde diesen Privatstadt-Ansatz echt krass. Also ich frage mich, was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn man Gewinn am Ende vor Gemeinwohl stellt? Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Soziologen Andreas Kemper. Hallo Herr Kemper, würden Sie auch in so einer Privatstadt wohnen wollen? Nur zu Forschungszwecken. Also ich würde nicht in einer Privatstadt wohnen wollen, weil ich gar nicht möchte, dass es solche Privatstädte überhaupt gibt. Warum nicht? Zuallererst ist mir die Motivation suspekt, aus der heraus diese Privatstädte gebaut werden. Und ich denke, dass es darum geht, Demokratie abzuschaffen. Und mir ist Mitsprache sehr wichtig. Und deswegen denke ich, dass nicht der Geldbeutel entscheiden sollte, sondern das allgemeine Wahlrecht sollte entscheiden, wer mitbestimmen darf und wer nicht. Wenn es jetzt Privatstädte gibt, wie in Honduras, das Beispiel haben wir eben gehört, was heißt das denn für eine Gesellschaft? Sie haben eben schon angedeutet, Abschaffung von Demokratie. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen konkreter machen. Welche Sorgen Sie da haben, wenn Sie Privatstadt hören? Nee, erstmal mache ich mir Sorgen um den Staat selber. Was da passiert ist, dass solche Privatstädte überhaupt eingerichtet wurden, weil das bedeutet ja, dass der Staat einen Teil seiner Souveränität abgibt und damit auch das Mitbestimmungsrecht der Menschen, die in diesem Land leben. Und dann mache ich mir halt ganz verschiedene Sorgen. Das eine ist, dass so eine Privatstadt tatsächlich dazu führen könnte, dass weitere Privatstädte entstehen, weil nämlich dort einfach eine gewisse Region weitgehend von Steuern befreit wird, dadurch Vorteile bekommt, die andere nicht haben. Und das könnte dann halt andere dazu auch ermuntern, dass sie sagen, wir wollen auch diese Vorteile haben. Wir wollen auch diese Privatstadt. Und letztlich gibt es dann halt überhaupt keine Steuern mehr, die eingenommen werden in diesem Staat. Und damit gibt es dann auch keine Bildung mehr, keine Gesundheitsversorgung, keine Sozialversorgung und so weiter, die vom Staat geleistet werden kann. Also das heißt, es würde auf eine totale Privatisierung herauslaufen. Und ich mache mir dann natürlich Sorgen um Fragen von moralischen Standards oder von ethischen Standards oder Umweltstandards, die dann auch gar nicht mehr eingehalten werden, weil es auch gar keine Behörde mehr gibt, die das Ganze überwachen könnte. Jetzt haben Sie eben gesagt, es könnte sein, dass Bildung privatisiert würde. Hier gibt es auch einen Trend, dass immer mehr Eltern ihre Kinder auf Privatschulen schicken wollen, weil sie offensichtlich nicht das Vertrauen irgendwie in die öffentlichen Schulen haben. Aber das ist ja nicht die einzige Sorge, wo sie haben. Ich glaube, es wird da kritisch, wo man auch darüber spricht, dass es vielleicht eine andere Rechtsprechung gibt, dass andere Gesetze gelten in so einer Privatstadt. Also was bedeutet das für eine Gesellschaft letztendlich? Ja, das meinte ich ja mit dem demokratischen, mit dem Abbau der Demokratie. Also das bedeutet dann nicht nur, dass das Wahlrecht abgeschafft wird, das allgemeine Wahlrecht abgeschafft wird, sondern es gibt dann auch keine gewerkschaftlichen Rechte mehr. Und es gibt vor allen Dingen auch keine unabhängige Justiz mehr, sondern die Justiz und die Gesetze würden dann halt gemacht werden von Privatunternehmen, sehr wahrscheinlich von Versicherungen. Man muss dann Mitglied werden in einer Versicherung, die dann die Rechte vertritt, entsprechend des Geldbeutels. Und auch die Polizei und auch Gefängnisse werden dann letztlich auch privat organisiert. Also das heißt, die gesamte Gewaltenteilung, die wir haben, die wäre dann nicht mehr gegeben. Es wäre dann alles in den Händen von Privatunternehmen. Sehen Sie denn auch irgendwelche Vorteile von einer solchen Organisation? Also weil diejenigen, die diese Idee durchdenken und die gerne durchsetzen würden, die sagen ja, naja, das Ganze ist wie so ein Positivbeispiel in einem Land, wo sonst vielleicht nicht so viel läuft, also einen Leuchtturm, der dann strahlen könnte für andere Projekte und letztlich das ganze Land, dem ganzen Land irgendwie einen Push geben könnte. Was sagen Sie zu den Argumenten? Ja, wenn das beginnt, kann das tatsächlich sein, dass es halt vor Ort und regional bezogen tatsächlich Vorteile gibt. Man hat in Honduras da zum Beispiel ein Privatschaftsprojekt, das nennt sich Orchidea, das ist so ein Landwirtschaftsprojekt und die Menschen vor Ort haben jetzt plötzlich da Arbeitsplätze und haben mehr Geld in der Tasche und das ist dann regional bezogen halt tatsächlich für die Menschen, die da arbeiten, ein Vorteil. Aber letztlich wird das dann eben heißen, dass keine Steuern, wenn keine Steuern mehr gezahlt werden, dass dann auch ärmere Menschen keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bilden, Bildung zu erhalten und auch gesundheitlich geht es dann den Menschen schlechter und so weiter. Das heißt, wenn man halt tatsächlich den Staat komplett abschaffen wird und darauf läuft es ja hinaus, dann heißt das einfach Manchester-Kapitalismus, wie wir den schon mal hatten, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo es den Menschen wirklich sehr, sehr schlecht ging, den ärmeren Menschen. Also ich höre raus, wenn man Demokratie abschaffen will, das ist natürlich eine total gefährliche Tendenz. Wenn man das größer denkt, wo, glauben Sie, kann diese Idee hinführen? Es gibt jetzt ganz verschiedene Ansätze. Das eine ist ein Ansatz, der auch von einem Investor aus dem Silicon Valley kommt, also es sind vor allen Dingen Investoren aus dem Silicon Valley, wie Peter Thiel zum Beispiel, der hat seine ersten Millionen halt für den Enkel von Milton Friedman gegeben, damit der Privatstädte aufbaut. Ein anderer Investor ist Bayals, Frini Vazan und der hat jetzt eine neue Idee, die nennt sich The Network State und er meint, wir müssen jetzt rausgehen aus den Vereinigten Staaten, Exit-Programm, also Ausstieg. Wir machen jetzt eine neue Gemeinschaft auf, einen neuen Staat auf im Internet, The Network State, sammeln uns als Community, sammeln dann Geld, kaufen dann überall auf der Welt Länder auf oder Land auf und wenn wir dann genügend Land haben, dann sagen wir, wir wollen dieses gemeinsame Land als Flickenteppichstaat, als Network State diplomatisch anerkennen lassen und haben dann quasi einen neuen Staat. Es gibt ja noch eine andere Idee von einem der deutschen Vordenker der Privatstadtbewegung, Titus Gebel. Sein Konzept Global Cities für Geflüchtete. Was hat es denn damit auf sich? Ja, eine Umsetzung, eine gefährliche Umsetzung von Privatstädten sehe ich in der Möglichkeit, die auch inzwischen angegangen wird, dass dort Städte gebaut werden, in denen Geflüchtete untergebracht werden, gerade auch im Hinblick auf die Klimakatastrophe, wo es immer mehr Geflüchtete gibt, die nicht mehr weiter können, dass dort dann gesagt wird, wir wollen diese Geflüchteten privatwirtschaftlich verwalten und Staaten sollen dann keinen Einfluss mehr haben, sondern das Ganze ist dann eine Stadt, die gehört einem Privatunternehmen und die Menschen, die dort leben und arbeiten, sind Geflüchtete, ohne demokratische Rechte, ohne politische Mitwirkungsmöglichkeiten und da sehe ich halt eine große Gefahr, dass das passieren könnte. Wir haben Titus Gebel kontaktiert. Wir wollten von ihm erstmal wissen, welche Vorteile er grundsätzlich in Privatstädten sieht. Er ist Deutscher, hat uns aber schriftlich auf Englisch geantwortet. Wir haben übersetzt. Er schreibt. Nüchtern betrachtet schaffen freie Privatstädte ein Umfeld mit einem noch nie dagewesenen Potenzial für Wachstum, Wohlstand und einem steigenden Lebensstandard und eine bessere Lebensqualität. Gleichzeitig bieten sie einen unvergleichbaren Schutz der Menschenrechte in einer Welt, in der die Menschenrechte zunehmend unsicher sind. Sie tun dies, indem sie den öffentlichen Dienstleister, die Betreibergesellschaft, rechtlich auf die gleiche Stufe stellen wie die Bürger der Stadt. Im Gegensatz zu Regierungen genießt die Betreibergesellschaft keine Privilegien und muss sich an die gleichen Regeln halten wie alle anderen. Damit werden zum ersten Mal wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Wir haben Titus Gebel auch gefragt, wie er der Kritik begegnet, dass Grund- und Menschenrechte ausgehöhlt werden könnten, wenn ein Staat sich nicht mehr am Gemeinwohl, sondern am Profit orientiert. Er schreibt dazu. Freie Privatstädte sind der beste Weg, um grundlegende Menschenrechte zu schützen und zu gewährleisten. Ihr institutioneller Rahmen ist so gestaltet, dass ihre Bürger viel sicherere und einklagbare Rechte erhalten, als dies in traditionellen Staaten der Fall ist. Dies ist nicht nur eine Meinung, sondern eine juristische Tatsache. In der Zukunft können erfolgreiche freie Privatstädte zu Oasen sicherer Menschenrechte in einer zutiefst turbulenten und unsichereren Welt werden. Titus Gebel schreibt auch. Die Demokratie ist im Kern die Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu regieren. Freie Privatstädte sind daher das beste Instrument, um die Demokratie nicht nur zu schützen, sondern ihr mehr Substanz zu verleihen. Das Modell der freien privaten Stadt ist genau darauf ausgerichtet, die Menschen zu ermächtigen, die individuelle Selbstverwaltung zu maximieren und ihnen mehr Kontrolle und Wahlmöglichkeiten in ihrem Leben zu geben. In vielerlei Hinsicht sind freie Privatstädte die umfassendste Form der Demokratie, die wir bisher gesehen haben. Und Titus Gebel geht noch einen Schritt weiter. Global Cities stellten eine Lösung für die Flüchtlingskrise dar, die wirklich nachhaltig sei und gleichzeitig den Flüchtlingen Möglichkeiten bieten würde, die sie nirgendwo anders finden könnten. Hierzu schreibt er uns. Die Global Cities bieten einen Ausweg aus dieser Situation. Wie wäre es, wenn die Länder anstelle von temporären Flüchtlingslagern neue Städte gründen würden, die als Sonderverwaltungsregionen strukturiert sind und von einer Betreibergesellschaft in der Rolle eines öffentlichen Dienstleisters verwaltet werden? Dieser Rechtsrahmen würde es den Flüchtlingen ermöglichen, einen stabilen Ort zum Leben zu finden und ihnen die bestmögliche Umgebung bieten, um auf eigenen Füßen zu stehen und ihr Leben auf produktive Weise neu aufzubauen. Darüber hinaus sind in den Global Cities die Menschenrechte der Flüchtlinge absolut garantiert, sodass sie sich keine Sorgen über einen möglichen populistischen oder nationalistischen Gegenschlag oder einen Regierungswechsel machen müssen, der ihre Sicherheit oder ihren Lebensunterhalt gefährden würde. Klingt wie ein guter Ansatz, ein besseres Leben für die Geflüchteten, die irgendwie in Zellstädten untergekommen sind, aufbauen zu wollen. Herr Kemper, warum sehen Sie das kritisch? Ja, weil Titus Gebel auch sehr deutlich gesagt hat, in diesen Privatstädten wird Politik ausgeklammert. Da gibt es erstmal keine Demokratie. Und das heißt, da gibt es dann auch keine gewerkschaftlichen Rechte. Es soll irgendwie Menschenrechte geben, aber die müssen ja auch durchgesetzt werden. Und Menschenrechte werden mit Demokratie durchgesetzt, mit Gewerkschaftsrechten und so weiter. Und wenn das alles ausgeklammert ist, wenn gesagt wird, wir wollen hier eine Gesellschaft ohne Politik, dann bedeutet das letztlich, das ist eine Diktatur. Weil wenn es keine Politik gibt, gibt es keinen Interessensausgleich. Und dann wird nur ein Interesse durchgesetzt und das ist das Interesse von Unternehmern, Profit zu machen. Und wenn dann halt die Menschen, die da leben, gar nicht mehr weg können, die können ja nicht irgendwie, die können nicht in den reichen Norden, die können auch nicht zurück in das zerstörte Land, dann sind die einfach auf Gedeih und Verderb diesen Privatstadtunternehmen ausgeliefert. Ganz herzlichen Dank an den Soziologen Andreas Kemper. Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst oder ihr abonniert uns, dann verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge mehr. Redaktionsschluss war der 2. Februar 2023. Redaktion hatte Vera Rudolph und ich bin Johanna Jeschke. Redaktionsschluss war der 2.